Und damit willkommen zurück zu Vampire's Dorn Teil 3. In den letzten Episoden haben wir ein paar Quests erledigt und ich bin der Meinung, wir können ja wieder ein bisschen die Karte abfrühstücken, weil es müssten jetzt Gebiete wieder sein, die etwas einfacher sind. Und hier, wo Basalan ist, ganz im Westen, gibt es ein kleines Waldstück mit interessanten Gegnern, nämlich diesen Bluthexen. Wir machen Blizzard, wir machen mal, weil wir es nicht wissen, alle möglichen Elementar-Effekte. Walner macht nochmal Lichtstrahl. Und sie macht dunkle Schatten. Wir gucken mal, was wirkt. Version ist geglichen. Damit sind dunkle Schatten wahrscheinlich Nutz... Ach ne, doch nicht. Guckt an. Sie kann Heilung unterbinden. Das stört mich erstaunlicherweise wenig. Dann gibt es hier einen Feuerball. Von ihr gibt es einen Eissplitter, was ganz billig ist. Aber ohne Feuerball. Schlitzschlagen, der Rest greift normal an. Das müsste reichen. Eins, zwei. Und das war's. Seht ihr, normale Seelen noch. 5.340 XP, das ist okay. Bluttechnisch... Ja, Seelen könnte mir das gebrauchen. Ich habe ein bisschen Blut eingekauft. Ich habe im Übrigen einen Beherrschungsring wieder angewandt. Und zwar auf den zweiten, der den Fillerpreis erhöht. Und habe all mein Silber verkauft. Und dadurch fast 40.000 bekommen. Mag hier Seelen. Lass uns mal gucken. Auf Heilungsblocker. Oh, irgendjemand möchte oder mochte nicht, dass seine Feinde sich heilen. Tja, ran. Da würde ich sogar ein bisschen weniger Stärke verschmerzen. Und einmal Geist mitnehmen. 14.600 Erfahrungspunkte. Damit sind wir fast Stufe 74. Wunderbar. Ja, das war's auch schon gewesen hier. Und wir gehen ins nächste Gebiet. Ich meine, wir gucken mal, wie weit wir es machen. Bis Stahlgegner kommen, dann weiß ich nicht, ob ich das alles mal aufnehme in jedem Kampf. Weil ich glaube, das wird dann doch ein bisschen langweilig. Hat es nicht für uns 80 Blut gekostet? Womit kostet es jetzt 76? Ist das ein prozentualer Anteil vom Blut, was du gerade besitzt? Okay, sechsten Sinn verstehe ich noch nicht ganz. Aber gut. So, irgendwo hier im Wald. Gut. Wir speichern Sicherheitshalber mal. Und gehen rein ins gute Stübchen. Och, guckt an. Hatten wir nicht gerade sowas mit Blut? So, was haben wir denn hier? Und eine Brücke. Das sind Spinnen mit großen Augen. Giftaugenspinne. Ist das das Hinterteil? Was vorne ist? Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mache mal, wie immer, alles Mögliche. Danach können wir ja rauskriegen, was am besten wirkt. Und hier dunkle Schatten. So, wir gucken mal. Oh, Blitzresistent. Na gut, aber der zweite ist auch nicht so gut durchgehend. Da denke ich mal. Ja, dann wahrscheinlich Feuer eher. Licht ist okay. Schatten ist Mist. Eis ist okay. Okay. Oh, ich liebe das Todesblick. Und Gift. Natürlich. Todesgift sogar, oder? Ist das nicht so ein starkes, was stärker wird immer? Also Blitzresistent ist okay. Okay, ähm, wir können, Moment, war Licht jetzt schlecht oder gut? Ich habe schon vergessen. Egal. Dann machen wir kleine Reinigungen auf unsere Vampirdame. Walna macht nochmal einen Schattenstrahl. Und sie nimmt dunkle Schatten. So, das müsste reichen. Weg damit. Achso, Blitz sehe ich auch. Okay, ja doch, Licht war okay. Feuer, äh, Schatten war Restent. Und damit haben wir dummerweise nicht alle gekillt? Doch. Okay, also Licht. Licht war jetzt gut. Eis war gut. Und wir haben gerade gesehen, einer hat Blutarmut. Kein Problem, ihr seht, ich habe ein paar neue Bluttränke geholt. Nichts leichter ist das warmes. Ich habe jetzt hier eine Brücke genau über die Mitte gespannt. Und wozu ist diese Brücke da, frage ich mich da. Sie verbindet einfach zwei Orte. Das reicht wahrscheinlich schon aus. So, wir haben gelernt. Das heißt, Blizzard. Das heißt, hat sie noch etwas Besseres? Ne. Lichtstrahl. Hat sich irgendjemanden etwas Besseres noch? Ne. Gut. Ähm. Schwarzer Eisstrahl. Ah, ist nur ein Gegner. Ich bin bei sowas immer für alle. Also ich strafe den Futter hin. Und hier machen wir noch... ...Verbrennendes Licht. Gut. Gucken wir mal, wie es aussieht. Gift mit der Augen spinnen. Vor allem, guck mal die Beine an. Zwei so... ...olivgrüne und zwei so spezial... ...grüne Beinchen. Todesblick. Weiß nicht, wie hoch die Schanker tot ist. Ach, schon wieder meine Markierin. Das ist ja... ...hat es allliebst. Glissart. Lichtstrahl. 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 Verbrennendes Licht. So, gucken wir mal. Und weg damit. Tja, mit so einem Lichtstrahl, da kann man schon mal so eine Giftaugenspinne blenden. Fünf, drei, vier oder sogar gleich vier Erfahrungspunkte wie für diese Bluthexen. Hier ist noch ein Gegner. Ich würde mal wieder speichern, weil... Na gut, komm. Was soll schon passieren? Drei davon. Ne. Blizzard. Lichtstrahl. 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 Verbrennendes Licht. So. Ist schon ein bisschen eklig aus mit dem Auge, oder? Ist das so grün ringsrum und die eigentliche Pupille? Ah, Brennendes drauf. Guck an. Da wird noch ein bisschen gedottet. Irgendwann wird er wirken. Und dann werden wir... ...dott sein. Leben blind. Und im Moment hat es jetzt nicht... ...auch nicht wirklich stark gedottet. Also ich habe zumindest jetzt gerade nichts gesehen. Und weg damit. Eins. Zwei. Sehr gut. Haben wir aber ganz schön Glutarmut jetzt. Oder? Okay. Hä? Guckt mal an, das ist unter... Ach, warte mal. War das nicht jetzt irgendwie... ...der Wert wurde gesenkt mit dem, was wir irgendwann mal ausgewählt haben an Fertigkeiten? So, wie immer... ...rate ich euch immer vor diesen roten Tun speichern. Vielleicht auch eigentlich für das Ende aufheben. Schattenaugenschild. Vielleicht ist es eigentlich besser für das Ende aufheben. 10% Trefferschank auf Stille. Oh, das ist ja interessant. Das heißt... ...die Abwehr ist das eine, aber das heißt wir treffen und haben Stille-Effekt eventuell. Ah, das gefällt mir doch. So, und dann ist hier nur noch ein kleiner... ...nochmal die Spinnen. Na gut, das ist jetzt nichts mehr Überraschendes. Ich frage es nur eher, ob noch der Todesblick uns einmal... ...gekommt. Hm, wenn man sich alle Gebiete fürs Ende aufhebt und nicht levelt... ...also, nicht da, aber überlevelt zumindest. Da kann man dann massenweise... ...solche roten Tunen aufmachen und kriegt natürlich dann auch im besten Loot. So, Asgard, du... ...reiß bitte mal an. Berlin macht Lichtstrahl. Sie macht Lichtstrahl. Walna macht Lichtstrahl hinten und sie macht noch ein Brennungslicht. Und da muss ich erstmal ordentlich Blut nachfüllen. Oder wir gehen mal in irgendeine Menschenstadt und saugen uns mal zum Wohle. Das klingt eigentlich schon, als werden wir bald Stufe 75 sein. Okay, da gibt es viel Blutmangel. Dann würde ich mal ganz kurz in die Stadt fliegen und das aufhüllen... ...und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Gebiet. So, das Blut ist aufgefüllt. Auf zum nächsten kleinen Minigebiet. Ein bisschen Sand mit Gegner und Wald. Äh, was seid ihr denn? Lakorinen. Das sind irgendwelche... Das ist Käfer. Vielleicht Käfer, die mit Scheren, oder? Das könnte doch so Totenschädel irgendwas sein. Na gut. Das klingt nach AOI Spaß. Also, Blizzard. Blitzschaden. Ach, eigentlich ist das blöd mit dem Blitzschaden, wenn ich das so mache. Eigentlich müsste Alain... ...mal wieder Double Explosion nehmen. Sie nimmt Kettenblitz. Walnar nimmt... Ah, Licht wird hier nichts bringen. Das würde mich wundern. Immer Eis-Splitter. Und sie nimmt dunkle Schatten. So, dann gucken wir mal die Elemente durch. Kettenblitz ist gut. So viel Leben haben die Viecher nicht. Die Lähmung geht auch durch. Klitz ist okay. Feuer ist auch okay. Eis ist schlecht. Dann ist das auch nicht so doll. Und dunkle Schatten. Uh. Dunkle Schatten ist gut. Uh, Lähmung. Okay. Wir haben heftige Angriffe. Ähm. Wir haben einen starken Feuerblitz. Kettenblitz. Hast du auch noch dunkle Schatten? Nee, aber du hast Schattenstrahl. Und die Magerinmacht räumt auf mit dunklen Schatten dann. Okay. Wir merken, dass wir langsam doch in eine Region kommen, wo es schwieriger wird. Ich glaube, das ist sogar sinnvoll, jetzt mal bei Walnar die Seelen zu ändern. Ich habe natürlich nicht hingeguckt, ob es starke oder normale Seelen sind, da ich aber keine starken habe. Uh. Okay, wir sind bei den starken Seelen angekommen. Ähm. Was wollte ich machen? Ich wollte bei Walnar das anpassen. Genau. Ich glaube, wir können einmal Licht rausnehmen. Ja. Ah, der Inventage ist aber schön. Nee, ich bleib mal. Ich weiß nicht, welches mal. Wir nehmen mal das Eis raus. Ja. Ich weiß zwar nicht, durch was wir Blutfrost kriegen wieder mal, weil ich habe es wieder vergessen. Haben wir irgendwie, keine Ahnung, durch irgendeinen von den Zaubern. Aber wir haben jetzt zweimal dunkle Schatten, das heißt, wir haben zweimal AOE schattentechnisch. Sind wir gut aufgestellt. Oder sonst machen wir Blitzschaden. Gut, dann gucken wir uns mal hier um. Hier ist erstmal ein gelbes etwas. Hallo Gegner. Okay, gibt es die Fünfer wieder. Ähm. Du machst auch mal Schattenstreit und Futter ran. Barker Blitz. Kettenblitz. Dunkle Schatten. Dunkle Schatten. So. Wir sind zumindest zuerst dran. Also solange wir noch nicht nach hinten rutschen. Äh, genau. Dann ist alles in Ordnung, finde ich. Und solange werde ich, glaube ich, auch noch versuchen, ein paar Gebiete mehr abzuflüchtigen. Gut. Ja, guckt mal, das kriegen wir noch eine Runde hin. Rutsbare Seelen. Dann kriegen wir sogar die Mine noch im Ende der Folge. Voll. So, das Gebiet ist schon groß. Das hat nur nicht viel Inhalt. Also diese komischen Fünfergruppen. Oh, guckt an. Neue Gegner. Wir bleiben erstmal auf den ersten Gegner, bin ich der Meinung. Und gucken dann mal, was passiert mit dem zweiten parallel, diesen komischen Knie. Okay, Blitz wirkt auch gut. Okay, das geht genauso weg damit. Das sind halt Gegner, die jetzt noch nicht so viel Leben haben. Aber man merkt schon, Größe, Konstellationen und der Schadendienst machen, der ist auch nicht mehr so gering. Vier starke Seelen. Ich habe mir jetzt schon festgestellt, dass Gegner ausgewürfelt werden. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich hatte jetzt mal, ich musste ja irgendein Gebiet nochmal neu machen. Und da hatte ich zufälligerweise... Oh, in der Hölle. Da habe ich genau ein gleiches Gegnerpaar nochmal gemacht. Und beim nochmal war eine andere Gegnergruppierung da. Das war interessant. Die Frage ist, brauche ich nicht über den Stattenschal. Ich glaube, ich kann mir das sparen und so angreifen. Ja, also das eine war halt irgendwie Gegner 1 und Gegner 2. Und das nächste war nur 2x Gegner 2 Artus was da gewesen. Das ist schon, finde ich, gut zu wissen, dass man theoretisch... Ich weiß nicht, ab wann das festgelegt wird, ob das vor dem Kampf festgelegt wird. Wenn man auf der Karte schon ist, da wahrscheinlich so ein bisschen zufallsmäßig was kriegen kann. Ja, okay, das dunkle Schatten, das zweite ist jetzt ein bisschen nutzlos, aber wir nehmen es mit. So, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, sind wir hier reingekommen, sind hier nach links gegangen. Das heißt, wir gucken nochmal kurz nach rechts, dann sehe ich nur den Geist und die kleine Höhle. Okay, dann ist dem so dein Geist hier. Weiterer Geist, okay, abgesaugt, 14.800 XP. Damit werden wir sehr schnell als Stufe 75, was bedeutet eigentlich, ich könnte die ganze neue Ausrüstung mal holen. Ich habe zu jedem Mal in den 70er nicht vollständig ausgerüstet. Oh, guckt an, da ist auch ein Pentagrammer wieder. Das ist eine Menge Blut und Knochen. Halt die Augen offen, was auch immer hier lebt, muss ziemlich gefährlich sein. Meine Verdammnisklinge freut sich schon. Okay, so wird auch gespeichert. Ist also, wenn so ein Geist so eine rote Umrandung hat, heißt das automatisch stärker? Oh ja, der wird schnell. Okay, was haben wir denn Feines? Äh, heilendes Vieh, okay. Da wir außen festgestellt haben, was bist du denn? Draguldroll, okay. Einfach nur zum Gucken, geht schlaf. Barker Feuer, äh, ist die Bar ist starker, besser? Ne, bleibt noch mal mehr. Ähm, du machst mal Lichtstrahl. Hier machen wir Eis, äh, Blocker, Blutfrost, genau. Und sie nimmt... Habe ich jetzt Schattenstrahl schon mal gehabt? Wir machen nochmal Schattenfeuer. Okay, wir gucken mal. Licht. Licht ist kritisch, okay. Licht sollten wir nehmen. Licht und Blitz ist gut. Aber brennt immun. Und Frost, okay. Licht und Blitz, schlaf immun, okay. Weitersprung. Oh Gott. Okay, dass das funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kurz zur Erklärung. Die Markerin hat was ausgerüstet, wodurch sie so eine Schicksalsbindung hatte. Wenn sie getötet wurde, wird der Gegner auch getötet, der sie tötet. Ich wusste gerade, dass es für Bossgegner funktioniert. Das ist natürlich krass. Witzig, dass es gerade so funktioniert hat, aber ich hätte es nicht geschafft, gebe ich euch so zu. Also wenn der 2500 Schaden macht mit einem Angriff in den zweiten, der killt in jeder Runde mindestens ein Gegner. So, jetzt ist die Preisfrage. Was war das für ein Item gewesen eigentlich? Warum hat sie diese Fertigkeit? Hat sie per se schon? Ich weiß jetzt echt nicht, warum die, aber sie hat dieses gräuliche Symbol dort. Das ist hier Schicksalsding. Du stirbst, wenn du sie tötest. Okay, wir haben eine Kette bekommen. Und zwar eine Vampir-irgendwas als Kette. Vampirzahn. Immunität gegen Blutung. Das wird Blutkosten um 5%. Ach, er ist gerade auch erwischt, sehe ich gerade. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Tja, das Pentagramm können wir leider nicht nehmen. Okay, also das war echt unverdient, der Sieg, gebe ich fairerweise zu. Aber man nimmt, was man entkriegen kann, ja. Welchigkeit ist zu hoch? So, wir sind Stufe 75. Ich müsste mir eigentlich mal wieder aufschreiben, wo, bitteschön. Hier mal wieder sowas ist. Wo sind wir denn? Wir sind... Moment, ich muss die Karte drehen, dass ich richtig sehe. Okay. Bei dem Kontinent. Bei der Verdindungslinie zum unteren Teil. Hier. Okay. Und dann würde ich sagen, wir machen nochmal... ...ein weiteres Gebiet. Und dann machen wir den ganzen Aufstieg. So, was kann ich euch mitgeben an Informationen zu dem Vieh? Licht war gut. Und Blitz war gut. Das wäre interessant. Den Schlaf war immun. Man hätte den Heilblocker ausschalten können. Aber sonst krass. Also, den wäre ich wirklich, glaube ich, erst mit einer höheren Stufe angegangen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Berg. Eine Heilflasche. Okay, wie viele Ebenen haben wir und was für Gegner haben wir denn Schönes? So, was seid ihr denn? Äh, was? Ich habe keine Ahnung. Hä, Selen hat nicht Blut. Ach, ne, habe ich nicht. Okay, also ich weiß jetzt gerade nicht, warum Asgore... ...so ein komisches Ding hat er. Ähm, okay. Wir gucken erst mal. Was haben wir denn bei dem Schönes? Können wir Schlaf wirken? Auf den Etinen? Oh, Etines. Geht bloß zwei, hallo. Ähm, ich würde hier mal Feuer machen. Von der Lensseite aus. Er macht bitte mal den Lichtstrahl. Und die Markerin... Achso, kann jetzt schwarzen Kettenblitz wirken, weil ja Blitz von Selen gerade nicht geht. Geht Blut saugen. Geht. Feuer. Ja, 1,4, 1,5. Licht ist besser. Schlaf geht auch. Okay, wenn es Schlaf funktioniert, ist es... Easy. Okay, ähm... Licht ist besser. Das heißt, Licht... Ach, ne, warte mal. Ne, ne, ne. Asgore bleibt bei Schlaf. Asgore macht jede Runde den Schlaf. Ähm, dann machen wir hier ein Lichtstrahl, Lichtstrahl und diesen Kettenblitz. Saugruf noch mal. Selen, lass dir schmecken. Ist schon okay. Und wie gesagt, wir sind ja immer noch am Anfang der Runde dran, komplett. Also wenn das der Fall ist, kann man hier alles mögliche machen. So, wir werden den in der Runde besiegen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht nochmal, ähm, Schlaf zu wirken. Ja, das reicht. Der Rest kann auch so angreifen. Ach, blöd ist es dabei auch noch geworden. Eine starke Seele. Wir kriegen 3200. Gar nicht so viel, fairerweise. Gar nicht so viel. Also, ihr dürft mich echt nicht fragen, warum sie dieses Schicksalsding hat. Ich habe letzten Mal gesehen, dass sie diese Eigenschaft bekommen hat. Ist das durch irgendeinen Fertigkeitsausbau? Deswegen umso cooler, wenn ein Gegner sie angreift. So, wir haben wieder... Na gut, wir wissen ja, wie wir es machen können. Und ihr auch. Schlaf. Lichtstrahl. Du kannst auch den Kettenblitz machen. Ja, obwohl es eigentlich... Fährerweise könnten auch alle nochmal angreifen. Einer macht Schlaf, weil... Es ist ja schon ein bisschen vertanes... Blut. Wir können euch das mal saugen bei... Den. Zweimal pro Runde zumindest. Oder zwei pro Kampf. Okay. Also, wenn es Kämpfe gibt. Einzelkämpfe. Wir sind zuerst dran. Schlaf funktioniert. Und der Gegner hat nicht unendlich Resistenzen. Ist das eigentlich... Dich regt es, okay. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also, wenn du kein Blut mehr... mehr... auf der Bank hast. Ist irgendeiner nö. Das sieht so aus, als sollten wir bald mal wieder... saugen gehen. So, auf dieser Ebene... Da oben ist ein Vampir. Ein einsamer Vampir. Und da ist noch ein Gegner. Hallo, Gegner. So, hier erkennt das Prozedere. Verbrennte. Ne, da finde ich das besser. Einzelgegner mehr schaden. Ach cool, dass Asuka jetzt dran war. Kann Asuka ja sogar mal zaubern. Und da kann Alain was zaubern. Hier wird zugebissen. Hier gibt es Lichtstrahl. Und hier gibt es den schwarzen Kettenplatz. Sehr gut. Wenn Asuka der letzte ist, dann Schlafzaubert. Das ist sehr gut. Gluten, blind. Ich weiß gar nicht, was der Etting kann. Aber... Ist ja auch egal. Gut. Dann würde ich sagen... Greift an. Er lehnt beißt zu. Du wehrst dich ab, weil du sonst davor dran bist. Und der Rest greift nochmal an. Der Dettler wird ihn killen. Gut. So, hier ist zumindest was zum mitnehmen. Tropfen und 400 Füller. Okay, langsam wird es auch ein bisschen angepasster zu unserer Stufe. So, hier gibt es noch einen Gegner. Und da gibt es einen Vampir. Gibt es sonst hier oben noch was auf der Plattform? Ja, eine Truhe. Eine Eisrude. Okay, Eisrude waren glaube ich nicht so häufig. Deswegen ist das okay. Dann machen wir noch den letzten hier mit weg. Wäsch mit dir. Gleiches System. Einmal Schlaf. Und der Rest haut ordentlich drauf. Okay, also wirklich sehr ergiebliche Feinde für starke Seelen. Keine Ahnung, was für ein Gebiet es ist, um ehrlich zu sein. Ob es jetzt schon zur Stufe... Ich weiß nicht, wann es starke Seelen gab. Ist das mit Stufe 60 ungefähr? Ich glaube, bei Bronze 60er Quest haben wir das erste Mal starke Seelen bekommen. Also muss es wahrscheinlich so in der Drehung liegen. Was bedeutet, dass wir uns langsam nähern an die Grenze. Unsere eigene Levelgrenze eigentlich. So, Schlaf ist immer noch dran. Okay. Bedeutet, hier kann ein Lichtstrahl reingezimmert werden. Eileen macht auch ein Lichtstrahl. Seelen beißt mal zu. Walna beißt mal zu. Und die Makleren macht auch ein Schwarz. Das heißt, der Aetine wird die Runde noch überleben, aber wird blutärmer sein. Dann noch gegen den Blutsaugen kann. Das ist so geil. So. Der Rest kann angreifen, beziehungsweise er studdet den Tod. Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Aetine einen anderen Angriff kann als irgendwas physisches. So. Damit haben wir alles hier. Und wir haben den kleinen Vampir. Hallo, Vampir. Hallo. Seid ihr auch auf der Flucht vor dem Heiligen Kreuzzug? Wo die Haare? Nein, sind wir nicht. Aber du anscheinend. Ja, sie haben mich fast gekriegt. Ich konnte noch im letzten Augenblick den Soldaten ausweichen. Wo haben sie sich denn gefunden? Ein Stück südlich von hier. Ich bin überrascht, dass hier in der Gegend überhaupt Soldaten des Heiligen Kreuzzugs unterwegs sind. Vielleicht nur eine Patrouille? Möglich. Nun ja, sie sind vermutlich inzwischen weitergezogen. Ich mache mich aber schon bald wieder auf den Weg. Das solltet ihr auch. In der Tat. Ähm. Nee, komm, wir lassen den. Soll er einsam hier sein. Südlich von hier? Ich weiß nicht, war das jetzt automatisch ein Link mit dem Zaunsfall? Naja, das könnte aber halt sein. Okay. Äh, was wir jetzt machen ist... Und ich werde es schon wieder... Ich weiß schon wieder nicht, wo es ist, um ehrlich zu sein. Wir werden in die Mine gehen. Hier. Und werden die Mine noch vollständig ausbauen. Weil wir haben jetzt genügend starke Seelen gesammelt dafür. Und wir können auch mal gucken, ob wir was ausbauen können mit starken Seelen. So, vier von. Na klar. Die Frage ist, wie geht es wieder bis 10? Oder geht es woanders hin? Überbracht. Die Miese... Diese Mine befindet sich jetzt in Produktivitätsstufe 10. Höchste? Okay. 41.800. Ui, 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 ui. Da sind wir auf Faststufe 6. Ja, perfekt. Cool. Damit haben wir auch jetzt inzwischen die letzte Mine-Quest gelöst. Ähm. Jetzt wäre noch die Frage, haben wir noch genug? Wahrscheinlich nicht, oder? Es würde mich wundern, wenn wir jetzt noch genug haben, um... Ja, wo ist es noch? Gut. Dann gucke ich mal nach, ob es sich lohnt, jetzt schon Ausrüstung zu holen. Oder ob ich das einfach bei der belasse, die wir haben. Und wir noch die Quests weitermachen, dass ich bei Stufe 80 erst wieder wechsle. Ich meine, wir haben jetzt noch... Der Winternat, Ritual des Bösen und das Wesen des Monsters. Ähm. Ich bin fast in der Vermutung, wenn wir dann noch ein, zwei von diesen Kartenquests machen, dass wir Stufe 80 sind. Und spätestens dann sollten wir ja sowieso wieder neue Ausrüstungen zu organisieren. Hm. Mal gucken. Das ist aber alles für die nächste Folge. Bis dahin. Euer Landitur. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020